so ihr lieben shiny so ihr lieben dann haben wir alles wieder gefixt alles läuft hier geld her hier ich weiß es nicht ich gucke einfach wahrscheinlich nicht aber wir jetzt wieder so was haben wir hier noch ihr braucht am termin dann lassen wir ihn gleich mal zwei päckchen hier cannabis lassen wir auch zwei hier und mehr ist am e-termin lassen wir ihnen auch zwei davon hier da müssen wir noch sparsam mit umgehen wasser brauchen wir hier nicht mehr wasser 5000 achso einen kriegst du immer nur raus okay dann 3000 achso 1000 1000 und dann dreimal so wirken schule raus hier soda können wir auch raus nehmen ist zwar nicht viel aber immerhin ethanol nehmen wir auch noch mal mit raus sind auch nur acht gramm ist aber egal was wir haben haben war so und hier war noch sprit ne gar nicht wahr hier war gar kein sprit mehr ich dachte hier war irgendwo sprit na gut okay wir müssen los wir müssen noch den raub machen scheine wie geht es dir alles gut bei dir habe gelesen dir ging es nicht so gut ne so 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 das brauchen wir in den kofferraum guck mal da können wir auch schon parken da oben mittlerweile alles gut soweit bei dir auch ja hatte drei wochen hatte hatte wochenende drei tage kopfschmerzen genau das hatte ich gelesen ja 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 bei mir ist soweit auch alles bestens doch ich kann mich nicht beklagen gerade moment so so wir bewegen uns mal nach da unten was ist so neblig hier so wir gucken hier gerade mal wenn wir hier gerade eh schon sind ich weiß aber nicht was das für geschäfte sind ich habe heute auch die map leider nicht aufgemacht wasser haben wir ja jetzt ein bisschen was zucker brauchen wir nicht salz brauchen wir nicht dünge das ist eine kleine dünge etanol können wir uns mal zwei holen etanol können wir uns eigentlich noch mehr holen ist nicht so teuer was wird das hier noch ok 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 den bruch machen wir jetzt hier also wir brauchen wir müssen erstmal zum auto wieder und das auto steht ja da oben ja gut das ist nicht so weit das werkzeug im auto vergessen mensch was passiert wenn leo nicht mehr da ist nein nein kofferraum einmal das und einmal das ich weiß auch nicht wo sich was befindet wie was wie läuft ne weiß es nicht oh falsch Ich bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich eh nicht. Bin gleich richtig am Arsch. Pass auf. Okay, wie komme ich da rein? Hier hinten. Hier ist es ein Bolzenfnader. In der Hand ist es ein Bolzenfnader. Komisch. Okay, die Tür ist offen. Muss man das hier irgendwo... Da. Okay. So, was haben wir da? Geld. Ja, ist nicht viel. Nehmen wir mit. Ein Schraubenschlüssel. Aceton lassen wir da. Dünger. Das Schraubenschlüssel nehmen wir, glaube ich, mal mit, oder? Weil, habe ich noch nirgends gesehen, glaube ich. Dietrich, habe ich jetzt einen Dietrich mit? Ja, Sigi. Die Karte kannst du immer nur einmal nutzen? Okay. Oha. Hier ist richtig viel drin. Oh nein, jetzt leckt das, oder was? Wird er mich komplett verarschen? Nur das Rezept erworben? Okay, was haben wir hier? Magnesiumhydroxid. Essigsäure, das nehmen wir mit. Das brauchen wir noch. Also, wüsste ich jetzt noch nicht, wofür wir das bräuchten. Die lassen wir hier. Die sind eh günstig. Das lassen wir alles hier. Oha, guck mal, voll viel Ethanol. Aber wir nehmen lieber die Essigsäure mit, ne? Die lassen wir hier. Was haben wir hier? Jodwasserstoffsäure. Die lassen wir hier. Wie gesagt, Ethanol ist so günstig. Da gucke ich erst noch mal hier rein, was wir da haben. Kaliumhydroxid. Okay. Ja, komm, wenn wir noch Platz haben, nehmen wir das Ethanol noch mit. Dann hauen wir das alles voll hier. Hier. Da gibt es natürlich immer schlechten Ruf, ne? So. Was? Was ist hier? Da gibt es auch noch was. Metallrohr, Metallrohr, Geld, Acetone. Ne, nehmen wir das Geld nochmal mit. Jawollo, hallo Philipp! Den hatten wir schon, okay. Okay, den einmal schnell zum Auto. Rüberfahren, abladen, abspeichern. Oh, das ist aber, also beim... Das war knapp. Also bei den letzten Malen hat das nicht so geleckt, nach 20, 30 Minuten. Kaum gibt es ein Update, fängt es wieder an, rumzulegen. Mann. Aber was haben wir für ein Rezept? Kann ich das sehen? Das sind natürlich der Dunger-Puderzucker-Haus-gemachte Bombe. Packung, mehr. Den hier anscheinend, ne? Wir können das jetzt extrahieren. Also Extraktion von Phenyl-Ethermin aus Schokolade oder aus Kakao. Wir kriegen ja dann auch wieder andere Stoffe raus. Aber ich kenne gerade aktuell nicht viele Läden mit Schokolade. Dann müssten wir das theoretisch auch nicht mehr kaufen. Das klingt doch eigentlich voll sexy. Wir müssten die Läden einfach mal abklappern, ne? Mit dem Auto. So, erstmal speichern. Und wir müssen gleich zu Bank Geld einzahlen. Nicht, dass wir da irgendwie in Minus kommen oder so. Ich würde sagen, noch einen Bruch machen wir heute, aber nicht. Vielleicht zum Ende hin? Ne, ich würde sagen, lasst lieber nächstes Mal noch einen Bruch machen, ne? Lieber beim nächsten Mal einen neuen Bruch. Dass wir heute nochmal in der Story weiterkommen. Das wäre ja auch nett. So, weiter, weiter. Auf jeden Fall müssen wir heute noch Schokolade kaufen. So, gib mir mein Geld. Er hat gar kein Geld. Okay. Kein neuer Kunde. Alles klar. Okay. Hat der hier noch genug? Ja, er hat noch genug. So, das Auto ist... Ne, erstmal... Ähm... Mal Taschen an den Banken hier. Na, hör mal auf. Erstmal gehen wir so runter, bringen die Sachen, die wir haben, rein. Dann können wir nämlich die Flaschen, die wir da haben, auch mal in den Kofferraum reinschmeißen. Ethanol, Essig, Essig, Ethanol, Ethanol, Ethanol. Junge. Gucken wir mal. Flasche, Flasche, Flasche. Flasche, hier, da, und da. So, bringen wir die zum Auto. Zeig übrigens mal die zwei Kurven. Welche zwei Kurven? Kurven? Keine Kurven? Neues Meme? Kenne ich nicht. Ähm... Ich wollte zum Auto. Mann! Kofferraum öffnen. Hauen wir hier die ganzen Flaschen rein. Das Wasser brauchen wir da nicht. Das Ethanol nehmen wir mit. Und das Soda nehmen wir mit. Das hier, so, so. Passt. So, Bank ist hier gar nicht auf der Insel. Okay. Du hast etwas Interessantes gefunden? Okay, was habe ich denn Interessantes gefunden? Naja, ich kenne doch nicht alle neuen Memes. Woher dann? Woher dann? Ah, hier sind ja ein paar Metallrohre. So, packen wir das nochmal aus. Soda. Ja. Sprecheisen. Äh, das machen wir hier rein. So. Erst das. Wir brauchen Jod. Wieso? Ähm. Warte. Ah, wir brauchen ja diese Jodwasserstoff. Bumms, ne? Stimmt, ja. Jod, Wasserstoffsäure brauchen wir ja. Ah, wo kriegen wir das nochmal her? Das hatten wir doch gerade da im Lager, ne? Egi, WB. Okay. Jetzt brauchen wir auch wieder das Pin, Pin, Pin. Okay. Aber wo können wir jetzt... Warte, ich gucke gleich mal wegen der Schokolade. Jetzt können wir ja mit dem Rezept das selber gewinnen. Aber wo? Wer fügt da Rezepte? Hier? Hier. Kakaopulver? Okay, wir brauchen eine Tafel Schokolade und bekommen 20 Gramm da raus. Okay. Also, Schokolade kaufen. Schokolade? Ich weiß gar nicht, gibt es die hier überall? Die müsste es doch eigentlich in jeden Supermarkt hier geben, oder? Theoretisch müsste es die doch hier geben. Gibt es echt keine Schokolade? Schokolade? Hm. Schlecht. Das ist schlecht. Ja, und hier auch nicht im Klamottenladen. Wobei es daher auch Handys zu kaufen gibt und Stromkabel. Okay, gut. Ja, mal zum Auto wieder. Hm. Gibt es wirklich nur einen einzigen Laden? Das wäre der hier dann, ne? Quasi. Okay. Das wäre der einzige Laden, den ich wüsste. Der sowas hätte. Man hat ja jetzt auch nichts zu drauf geachtet, ne? Boah, hier kriegst du doch gar nicht so viel. 20 Gramm aus einer Tafel kriegen wir. Wie viel können wir hier kaufen? Zwei Tafeln. Den kriegen wir pro Tag 40 Gramm raus. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Das ist ja. Well, Edi. Goodbye. Hm. Okay. Vielen Dank.